Die Bühnenscheinwerfer sind erloschen, die Schallwellen der letzten Gitarrenriffs verhallen langsam in der Luft, die Monumentalstadion-Turnier von Rammstein in diesem Jahr ist nun endgültig in den Annahmen der Musikgeschichte verankert. Doch das Ende einer Tour bedeutet für eingefleischte Fans nicht nur den Abschied von spektakulären Live-Auftritten und ohrenbetäubenden Hymnen, sondern auch das Aufkommen einer Frage, die in den Köpfen der Anhänger der Berliner Band nachklingt, wie geht die Reise der Rockgiganten weiter? Die Stimmung, die diese Tour begleitete, war allerdings nicht rein von Euphorie getragen. Die Schlagzeilen wurden von düsteren Vorwürfen gegen den charismatischen Frontmann Till Lindemann überschattet. Und diese Wolken der Kontroverse haben den Horizont erwähnt unweigerlich verdunkelt. Nun, da der Vorhang gefallen ist und das Publikum von den Stadienrängen zurückkehrt, entfaltet sich vor den Fans eine neblige Ungewissheit über die Zukunft von Rammstein. In dieser Atmosphäre der Unsicherheit ist es kein Wunder. Ein Statement des Rammstein-Gitarristen Richard Crospe wie ein Wirbelsturm durch die Reihen der Fans fegt. Ein Bild von ihm selbst, strahlend auf der Bühne, begleitet von den Worten Kryptischen Worte verleihen der ohnehin aufgeladenen Spekulation eine weitere Schicht von Geheimnis. Die letzten Akkorde halten in Brüssel wieder, als das finale Konzert der Europa-Tournee zu Ende ging. Die Anspannung unter den Fans war spürbar, denn bei der vorherigen Tour im Sommer 2022 war der Samen der Erwartung für eine Fortsetzung im Jahr 2023 gesät worden. Eine Videoprojektion verkündete damals die anstehenden Auftritte in verschiedenen Ländern des kommenden Jahres, eine Show, die viele bereits mit Vorfreude erwarteten. Doch dieses Mal, nach dem letzten Ton in Brüssel, blieb die Projektionsfläche leer und die Fans wurden mit ihrer Neugier allein gelassen. Spekulationen waren bereits seit Wochen im Umlauf, und die Bind-Mitglieder von Rammstein wurden zum Zentrum dieser Vermutungen. Der Blick richtete sich auch auf das besondere Jubiläum, das im nächsten Jahr gefeiert werden könnte, 30 Jahre Rammstein. Das Jahr 1994 markierte die Geburtsstunde dieser einzigartigen Gruppe aus Berlin. Doch die dunklen Schatten der Anschuldigungen und die bereits belegten Stadien für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft machen die Planung einer neuen Tour alles andere als unkompliziert. Die Fähn-Gemeinde, getrieben von ihrer unerschütterlichen Hingabe, sucht in den Worten von Gitarrist Krusten nach Hinweisen. Die Interpretationen variieren, doch eine klare Botschaft hebt sich hervor. Die Ära Rammstein ist nicht bereit, ihre Schlussnote zu spielen. Die Vorstellung von einem möglichen Ende scheint in den Köpfen der Fans keinen festen Platz zu finden. Die Meinungen reichen von der Vermutung eines neuen Albums bis hin zu einer Tour im Jubiläumsjahr, möglicherweise ein intimeren Konzert darin. Der Blick zurück auf diese Tournee offenbart mehr als nur musikalische Darbietungen. Zwischen den Noten verbergen sich Geschichten von zwischenmenschlichen Dynamiken innerhalb der Band. Video-Clip, der Frontmann Till Lindemann und Gitarist Richard Krospe auf der Bühne in einem merkwürdigen Austausch zeigt, hat die Gerüchte-Küche zusätzlich befeuert. Die Bühne wurde zum Schauplatz einer theatralischen Beziehung, die von der Musik getragen wurde, aber auch von persönlichen Differenzen gezeichnet war. Der Blick nach vorne ist getrübt von einer Aura der Unvorhersehbarkeit. Doch die Liebe der Fans zu Rammstein brennt ungebrochen. In den Kommentarspalten der sozialen Medien wird die Band verteidigt, auf sie gewettet und die Hoffnung auf eine Zukunft genährt, die in all ihrer Diversität noch viel zu bieten hat. Die Zeichen stehen auf Veränderung, und während die Band in den Flügeln der Ungewissheit verharrt, halten die Fans den Atem an, um das nächste Kapitel in dieser epischen musikalischen Saga zu entdecken. Während die Schlagzeugstöcke vorerst ruhen und die Bühnennebel sich lichten, bleibt eine Wahrheit bestehen. Rammstein ist nicht nur eine Band, sie sind eine Idee, eine Leidenschaft, ein Lebensgefühl. Und egal, wie sich die Zukunft gestaltet, sie wird zweifellos die Bühne der Musikgeschichte im Flammen setzen, wenn die Zeit gekommen ist. Rammstein ist nicht nur ein Lebensgefühl. Vielen Dank.